Berge aus Schutt und Asche Mehrere Videos vom Überflug über das havarierte Atomkraftwerk Fukushima 1 zeigen das erschreckende Ausmaß der Zerstörung. Die Aufnahmen wurden von Bord eines Hubschraubers gemacht und am Donnerstag von der Zeitung Asahi Shinbun ins Internet gestellt. Zu sehen sind die völlig zerstörten Reaktoren der Atomanlage. Die Bilder lassen erahnen, wie gewaltig die Explosionen im Inneren waren. Die Aufnahmen stammen nach Angaben der Zeitung vom Mittwoch. Untertitelung des ZDF, 2020